Nach der 1 zu 5 Auswärtshinterlage am Samstag in Asiago will Jesenice im zweiten Playoff-Halbfinale der Sky Alps Hockey League zu Hause unbedingt gewinnen, um die Serie offen zu halten. Beide Teams können in Bestbesetzung antreten. Die Slowenen, die von 2.300 Fans unterstützt werden, spielen ganz in Rot gegen Asiago, ist derzeit in bestechender Form und ist im Playoff immer noch ungeschlagen. Die Italiener erwischen auch den besseren Start, aber scheitert immer wieder Angoli Rokstojanovic. Jesenice nutzt hingegen in der 8. Minute die erste Chance eiskalt aus, Jure Sottler zieht ab und Anthony Neigro lenkt den Buc unglücklich ins eigene Tor zum 1 zu 0 für die Hausherren. Bei dieser knappen Führung bleibt es auch bis zum Pausentee. Das Mitteltrittel beginnt gleich mit einem Knüller, nur 25 Sekunden sind gespielt. Den Schuss von Stefano Marchetti lenkt der ehemalige NHL-Profi Colanos ins Tor der Slowenen zum 1 zu 1 Ausgleich. Nur zwei Minuten später gewinnt Michele Stevan das Bulli. Andreas Lutz setzt Julius Canella in Szene und der 33-jährige Italo-Canadier bringt erstmal seine Mannschaft mit 2 zu 1 Toren in Führung. Führung, die aber gerade mal fünf Minuten hält. Marian Manfreda zu Alexander Magovac. Der trifft aber nicht das gegnerische Tor, sondern Marchetti. Manfreda reagiert am schnellsten und staubt zum 2 zu 2 ab. Die Partie wird jetzt trauer und es fliegen auch die Fäuste, wie hier zwischen dem US-Amerikaner Colin Long und dem Slowenen Erik Panse. Beide müssen dann fünf Minuten zur Abkühlung auf die Strafbank und dort gesetzt sich gleich der Raub auch Bagetti dazu. Jesenice in Überzahl. Jeszowets schießt daneben vorbei. Jure Sottler reagiert aber blitzschnell und kreist noch das Gehäuse von Cloutier und netzt zum 3 zu 2 ein. Für den slowenischen Stürmer ist es bereits das 19. Saisontor, das vierte im Playoff. Und wir springen ins Schlusstrittel. Asiago gelingt mit seinem Paradensturm wieder ein Blitzstart. Colin Long zu Chris Colanos, weiter zu Anthony Neigro und er bezwingt Stojanovic zum 3 zu 3. Die Partie ist jetzt sehr ausgeglichen. Beide Mannschaften warten auf die Chance, hier den Sack endgültig zuzumachen. Sechs Minuten vor Spielende versucht es Giulio Scandella mit dieser feinen Einzelaktion und lässt Torhüter Stojanovic keine Chance. Die 4 zu 3 Führung für Asiago, das zweite Tor heute für Scandella, sein insgesamt 22. War das schon die Vorentscheidung? Keineswegs, denn Jesenice gibt nicht auf. Wirft noch einmal alles nach vorne. Nedi Kazmiro ergattert sich an der Bande die Scheibe, passt nach hinten zu Jure Sottla und der gleicht mit diesem satten Schuss zum 4 zu 4 aus. Aber für Sottla ist es das zweite Tor am heutigen Abend. Aber noch nicht genug, denn nur 17 Sekunden später sorgt Jakar Ankerst für den Doppelschlag. Das slowenische Nationalspieler spielt den Salivan aus. Jesenice dreht noch dieses Match, geht mit 5 zu 4 in Führung. Die Hausherren zeigen Moral, Einsatz und Kampfgeist. In der Schlussminute nimmt Tom Barrasso noch seinen Torhüter Frederic Groutier für den sechsten Feldspieler vom Eis. Das bringt aber nichts mehr. Im Gegenteil, Di Kazmiro setzt Freysa ein, der verfehlt aber das Tor von Asiago. Und dann trifft Luca Kallan ins leere Gehäuse zum 6 zu 4 Endergenis und zum Serienausgleich. Spiel 3 in diesem Playoff-Halbfinale wird am Samstagabend in Asiago statt.